Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, ohne Not im Fall. Vielleicht habe ich sogar Not. Es heisst, du kannst eh alles auswendig spielen? Ja, das glaubst du. Tagsi Müller abfahrerbereit und bald bei uns an Bord. Die Schweizer Meisterin, die Olympia-Branse-Medaillengewinnerin, Woman of the Year und jetzt auch MVP in Schweden. Also in der besten Frauen-Hockey-Liga von uns im Kontinent. Das macht sie zu der wertvollsten und besten Spielerin aktuell von ganz Europa. Lara Stahl. Ciao, Lara. Hoi. Schön, dich zu sehen. Ja. Wie geht das mit dem Material? Ja, tipptopp. Es hat ja keine Luft drin. Willst du auf den Rücksitz tun? Ja, vollkommen. Es ist überall. Ist gut. Uah. Top. Schau mal. In diesem Wetter musst du auf den Weg, gell? Du musst mir sagen, das ist ... Was ist da drin? Das 10. Paddel. Alles klar. Das gehört natürlich zum guten Ton da, gell? Ja. In Nuzern, komm. Ja. Nimm Platz. Super. Du siehst, das Taxi-Business ist erfinderisch, Corona-konform mit Trennwand. Top. Ja. Einfach, dass da alles mit einem echten Ding zu und her geht. Super. Wo fahren wir in diesem Fall? An den See am besten. Aha. Im Stand-up-Paddel. Gut. Im schönen Wetter. Ja, das ist eine gute Idee. Gut ausgesucht. Klingt gut. Das ist etwas, was du schon regelmässig machst? Ein Stand-up-Paddel? Ja, eigentlich seit dem Geburtstag. Ich habe es von der Familie auf Geburtstag bekommen. Ah, cool. Ja. Ein schönes Geschenk. In diesem Wetter, ja. Wirklich geniessen es. Diese Woche sowieso. Wenn es fast 35 Grad wird, dann ist es herrlich auf dem See, ja. Herzliche Gratulation zu dieser unglaublichen Saison, die du in Schweden angelegt hast. Du hast 71,5 in 36 Quali-Spiel gemacht. Du bist als MVP ausgezeichnet worden. Du hast einen Klubrekord aufgestellt. Das hört ja nicht auf. Kannst du aufhören. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und dann bist du noch ausgezeichnet worden. Oder hast du diese Preisübergabe bekommen, ich glaube, von etwa 8'000 Leuten, beim Heimspiel von deinem Mannenteam? Ja. Wie war das? Ja, wirklich. Wenn du es dir nur einmal erzählst, gibt es gerade so Hühnerhaut. Aber es war wirklich speziell. Eben damals noch ein volles Stadion. Die Serie gegen Alexa haben sie gespielt. Ja. Und dann hörst du auch die Fans deinen Namen rufen und so. Und es ist wirklich etwas Spezielles. Und etwas, für das es sich eigentlich lohnt, jeden Tag so hart zu arbeiten. Und ich will immer die Beste sein. Und schlussendlich ist es mir mega Ehre so, einen Preis zu entgegenzunehmen. Und es ist auch etwas wie eine Genugtuung für die Leistung. Und es ist sicher schön. Aber schlussendlich hätte ich jetzt lieber auch noch den Golden Helm mit dem Team gewonnen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das ist dann so das, was ja alles noch kommen kann. Also ich meine, da gibt es eben eine nächste Saison für das. Genau. Vor dir bald an. Eben genau. Du hast mit dieser letzten Saison eine Geschichte geschrieben. Du bist ja die erste MVP bei den Frauen geworden. Das ist zum ersten Mal ist die Auszeichnung vergeben worden. Bei den Männern gibt es das schon länger. Und da sind Namen darunter bei Peter Forsberg, Henrik Lundqvist, Anders Eldebrink. Ja. Die Fotolegende. 88, 89 ist er doppelt MVP geworden. Und er hat das natürlich auch mitbekommen. Und wenn du rechts von dir, wenn du das iPad vornehmen möchtest, dann würde er dir gerne etwas mitgeben. Jetzt allerdings muss ich vielleicht noch vorweg schicken. Du bist seit drei Jahren oben in Schweden. Ja. Es ist auf Schweden. Okay. Geht mir Mühe. Hej Laura. Jag heter Anders Eldebrink. Jag har spelat många år i SVL i Sverige. Jag vill gratulera dig att du har fått guldhjälmen. Det är jättekul att det är en svensk tjej som har fått den första guldhjälmen i damhockeyligan i Sverige. Jag själv fick den två gånger und 80-talet. Och det har du mit den finaste Pris jag fått. På grund av de spelare, motståndare och kollegaer som har röstet fram priset. Så du ska väldigt stolta över den priset. Det är något du ska uppskatta i framtiden och sina kollegaer som har röstet fram det. Gratis enning om Laura. Ha en bra dag. Tschüss. Mega ledig ja. Entschuldigung, was hat er genau gesagt? Ich kann es mir etwas vorstellen. Ja, zusammenpasst eben. Es ist noch lustig. Schwedisch und Deutsch sind mega ähnlich. Gratis gratulieren. Jättekul ist mega lässig, mega cool. Jättekul? Jättekul, ja. Ja, und er erzählt, dass gerade eine Schweizerin das gewinnt. Und dass er auch dort gespielt hat und das gewonnen hat. Also ja, wirklich lässig. Die Taxenmücken. Erstens müssen wir sagen, wenn wir eine Klimaanlage so haben, es ist wirklich sücki warm. Ohne diese arbeitet man es heute nicht. Zweitens, ich bin geografisch nicht wahnsinnig stark. Aber da scheint es nicht zum See zu gehen. Das habe ich... Ja, indirekt. Am besten noch über Adelgenswil. Dort bin ich aufgewachsen. Okay. Und es ist auch eine schöne Aussicht auf die Berge. Und dann geht es eigentlich gleich runter auf den See, ja. Das klingt hervorragend. Das ist super. Also übrigens, du musst dich mal bedienen. Wenn es so warm ist, nimm doch etwas zu trinken. Wir haben hier eine Killbox. Ist etwas gut ausgesucht. Schau mal, was passt. Jetzt aber. Findest du etwas, was... Ja, das Wasser ist gut. Was ist das mit Toni? Brickeln, das ist gut. Super. Dein grosser Bruder, der auch Hockey spielt, sagt, deine grösste Schwäche, wie er sagt, ist zu verlieren. Also er will damit sagen, du kannst nicht verlieren. Ja, das ist wirklich gut, ja. Ist das... Ja, bei allem. Aber ich glaube, das ist eben mit dem Ehrgeiz verbunden. Und ja, es hat manchmal nicht so gute Laune gegeben, wenn ich verloren habe. Aber ja, gegen ihn habe ich wirklich... Das ist lustig. Wir sind eben auf einer grossen Terrasse aufgewachsen. Ich habe eigentlich alles mit ihm gemacht. Also wir haben Hockey gespielt, wir haben Basketball gespielt. Jegliche Sachen... Schon in jedem Kartenspiel wollte ich nicht verlieren. Aber er war eben auch gut in diesen Sachen. Ja. Durch das ist einfach... Also der Kampf war immer da gewesen, ja. Und halt zu gewinnen, ja. Nur das zählt. Ja, offenbar. Du, jetzt kommen wir dann, glaube ich, langsam in deine Alkihaut, oder? Ja, jetzt... Jetzt musst du sagen, wir sind in Adligenswil. Adligenswil, ja. Adligenswil, Entschuldigung. Adligenswil. Oder einfach Adligen. Adligen? Ja. Und wenn man sich ein bisschen besser kennt, du sagst... Hier rechts bin ich in die Oberstufe. Dort vorne... Ah ja, klar. Also ja, 1. bis 6. Klasse. Okay. Hier links bin ich auch mal in die Schule, ja. Ja. Und hier links vorne wohnt noch der Grossvater. Ah, okay. Ja, sind wir auch oft gewesen, eben zum Mittagessen bei den Grosseltern nach der Schule. Oder... Ja. Und dann immer von da auch... Nachher, als du beim Z gespielt hast, oder eben auch Reinhard, bist du immer von da aus... Bist du immer gefahren? Oder wie ist das? Ja, es war eine Riesenaufbahn. Also... Mami, Papi, ein riesen Dankeschön. Weil... Sie haben mich herumgefahren, aber nicht nur mich. Der Bruder hat auch Hockey gespielt und nicht in der gleichen Mannschaft. Jetzt kannst du rechts auffahren. Okay. Natürlich, nicht in der gleichen Mannschaft, oder? Ja, eben. Das heisst, ja. Einige, ich bin jetzt Gass unten. Und der Bruder, weiß auch nicht, irgendwie im Bündnerland oder so. Aha. Sie haben sich eigentlich immer aufgeteilt, haben zwei Autos gehabt und haben sich ja uns gewidmet. Das... Ja, machen das auch nicht viele Eltern. Jetzt kommen wir hier hin, wo du aufgewachsen bist. Wenn ich das frage, wie sehr erinnert dich das an deinen Papi? Ja, mega fest. Ich meine, er hat hier gewohnt bis zuletzt. Und er ist leider auch hier oben verstorben. Und ja, es ist schon etwas Berührendes. Und eben, ich bin eigentlich nicht oft da. Weil es einfach die Erinnerungen wieder raufholt und so. Aber ja, ist halt so. Und ich habe auch schöne, ähm, schöne Zeiten gehabt. Ich bin mega dankbar, wenn ich da aufwachsen durfte. Du kannst eigentlich da reinfahren. Ja? Ja, bei einem roten Lift, ja. Ah, okay, ja. Also dann bist du da. Genau, ja. Da habt ihr die grosse Terrassen gehabt, wo alle die Duelle gehabt haben. Ja, mit dem Bruder zusammen. Und ich meine, der Papi war auch mega sportlich. Ja. Und hat auch bis zuletzt sind wir auch auf die Terrasse aus. Und haben irgendwelche Sachen gemacht. Es war eben Tischtennis gespielt oder so. Und manchmal sind wir mit dem Hockey-Gall da auf die Strasse. Okay. Ja, wirklich. Hast du manchmal oben gespielt, dass du gegen oben gespielt hast? Oder wie ist das? Alles ein bisschen abgewechselt, gell? Das ist mega unfair. Ja, aber nein, ich finde es schön. Es ist auch wie etwas zum Verarbeiteten wieder hierher zu kommen. Weil ich rede viel darüber. Schon. Und das hilft schon. Aber hierher komme ich eigentlich nicht oft, ja. Es ist ein spezieller Ort. Wie sehr würdest du sagen, hat dein Papi dich und vielleicht auch deine Karriere geprägt? Weil du sagst, er war auch sehr sportlich und hat alles für dich gemacht. Ja, und ich glaube auch von ihm habe ich den Ehrgeiz bekommen. Und ich bin eigentlich mega dankbar. Weil ohne das habe ich es eigentlich nie geschafft. Oder auch der Kopf. Also der Wille, etwas zu erreichen. Ja. Er hat mir natürlich auch den Sport gegeben. Logisches Mann war auch mega sportlich. Aber er hat mich auch immer unterstützt. Er war wirklich immer für mich da. Er hat mich gefahren. Und er war ja mein grösster Fan gewesen. Und eigentlich immer noch. Ich glaube, er schaut einfach von oben zu. Und eben in die Olympia und alles. Das durfte er halt nicht erleben. Das war mega schade. Aber das war dann wie ein Endprodukt von dieser langen, härten Arbeit, die auch die Eltern reingesteckt haben. Mhm. Darf ich fragen, was damals passiert ist? Ja, er ist einfach eingeschlafen und am Morgen aufgewacht. Herzstillstand. Es tut mir mega leid zu hören. Aber wenn du sagst, dass er dein grösster Fan war, ich glaube, dass es auch war, das ist mega etwas, wie er dich trägt hat. Ja, eben. Und er hat gewisse Sachen gesagt. Ja, eben. Nachher gehst du nach Amerika. Und eben, ich bin ja erst nach der Olympia in Amerika. Und er sagte, er ging dann in die Pension. Und er kommt nach Amerika und baut sich ein Haus. Und einfach so Kleinigkeiten, wo dann wirklich ... Ich bin wirklich nach Amerika gegangen. Und habe diese Sachen dann verlebt. Und er ist einfach in meinem Herz dabei gewesen. Und einfach nicht die Sachen, wo wir dann ein bisschen darüber fantasiert haben. Ja. Als Nächstes sehen wir ja dich. Du hast mit Foyfi angefangen. Oh. Schau mal. Das ist glaube ich nicht ganz mit Foyfi. Nein. Ja, nicht ganz. Bei Luzern. Ja. Was weckt das so für Erinnerungen? Ja, ich glaube, das ist sogar das Bad Nauheim. Das war so ein Auswärtsturnier. Ja. Ja. Ja, da haben wir noch so Fotos gemacht. Und ich hatte immer das 22 oder das 21. Weil das Lieblis ein bisschen hellblauer gewesen. Ja. Und blau ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Aber ja. Das ist ganz ehrlich, wenn ich das sagen darf. Das ist natürlich dann schon das Mädchen im Team, oder? Das darf man schon so sagen. Das nimmst du mir nicht irgendwo. Ja, ich meine, ich bin schlussendlich auch eine Frau. Und mache so Sachen gerne. Ich gehe gerne shoppen. Ich habe gerne Schuhe. Und so etwas Mädchen-Frauensachen. Und ich lege mich auch gerne schön an. Und schmink mich auch. Und eben solche Sachen. Und das ist für dich auch nicht ein Widerspruch, oder? Nein. Ich meine, das ist überhaupt nicht. Eben. Es ist ja Frauen-Eis-Okay. Es ist ja nicht Männer-Eis-Okay. Du darfst auch etwas weiblich sein. Wir sind ja nicht alles Männer, die Hockey spielen. Und das ist manchmal so ein Vorwurf. Und an dem sind wir dran am Arbeiten. Jetzt auch in der Nacht, um ein bisschen ein Image aufzubauen. Was ist eigentlich eine Frauen-Eishockey-Spielerin? Und dass du das eben nach aussen drehen, obwohl wir auch das Gitter anhaben. In der Ausrüstung siehst du die Frau nicht. Ja, genau. Neben mir sind wir einfach sportliche Frauen, ja. Dein Bruder sagt ja, was du in die Hand nehmst, wäre zu Gold. So hat er das formuliert. Und darum kannst du eben auch so gute Trompete spielen. Jetzt... Na ja. Du spielst ja auch, wenn du Zeit hast, ein Ungradsmal und hast früher auch in einer Guggenmusik gespielt. In unserem Podcast haben sie es nämlich schon herausgefunden. Da wollen wir natürlich einen Beweis dafür. Und dafür könntest du... Ist die Trompete? Ja, jetzt musst du vielleicht hinter meinem Sitz mal schauen. Nein! Kannst du da bitte mal schnell... Warte, ich mach das mal weg. Ja, ich glaube, musst du die Hände frei haben. Nein! Hast du wirklich Trompete, Miklu? Ja, komm jetzt! Wirklich nicht! Mal, mal. Was? Wieso hast du die? Kommst du zu? Ja, na klar! Was haben wir noch? Weisst du gerade, ist das deine? Ja, speziell. Also die habe ich vom Papi. Ja. Wo er dann eben nicht mehr gespielt hat. Und... Da habe ich eigentlich so das übernommen. Also eben nicht viel gespielt. Und jetzt... Eigentlich auch schon lange nicht mehr. Jaja, also keine Ausrede jetzt. Jetzt... Jetzt hören wir ihn zum ersten Mal. Eben, ich merke, du bist gerade schon... Es funktioniert nicht mehr so gut. Du bist gerade schon am Aufwärmen. Was soll ich noch ölen? Nein, einfach spielen? Einfach spielen? Einfach spielen. Ich habe ja mal geschaut, eure Guggenmusik... Wie heisst er? Kepler. Kepler Luzern, oder? Ja. Okay. Mit O und Ä. Ja, genau. Logisch. Natürlich. Ich habe mal geschaut, eure Setliste... Was hast du ausgelesen? Die beinhaltet... Und ich hätte wirklich Freude, wenn das spielen würde. Die beinhaltet... Summer of 69. Summer of 69. Von Bryan Adams. Oh. I got my first real six string. Ungefähr, oder? Klar, ich mache zuerst mal Tonleiter, wenn etwas rauskommt. Ja, man kann mit der Tonleiter noch... Boah. Aber so wird es, glaube ich, auch. Ja. Nein, ich kann doch das nicht mehr. Komm jetzt. Ohne Noten im Falle. Vielleicht habe ich sogar Noten. Es heisst, du kannst eh alles auswendig spielen. Ja. Was glaubst du? Nein. Was? Ich wäre sonst anders. Ja, also. Kennst du Lady in Black? Lady in Black? Ja. Ja, komm. Ah. Ah. Boah. Es klingt verdammt komisch im Fall. So, als wäre irgendetwas kaputt. Kannst du das auch rausschneiden? Nein. Das ist selbstverständlich. Nein. Das ist selbstverständlich. Ja. 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 Es geht dir tiptop. Ja. 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 Das war ein Erlebnis. Das war unglaublich. Und wir hatten einen Teamspirit. Das kannst du fast nicht vergleichen. Und wirklich von A bis Z. Und wir wollten die Medaille, obwohl viele nicht an uns glaubten. Ja. Und das war für uns eigentlich schlussendlich wie Gold gewesen. Eben mit USA und Kanada, die einfach auf einer anderen Welt spielen. Ja. Wir kommen zwar immer näher, auch mit Finnland jetzt. Aber jedes Mal war es wirklich wie Gold für uns. Und auf die bin ich mega stolz. Du hast es in den USA erlebt, dort hast du eigentlich ein Profileben geführt. In Schweden hast du jetzt ein halbes Profileben. Schweden macht eh mega viel von den Clubs aus für das Frauen-Eins-OK. Ich glaube, es gibt sogar Sponsoren, die auf Clubs, wie ich höre, Druck aufsetzen. Genau. Dass sie ein Frauenteam haben und das auch richtig fördern. Wie sehr hast du das Gefühl, ist das in der Schweiz denkbar? Ja, schlussendlich eben. Vom Verband aus ist die Unterstützung da und wir sind richtig eingeladert. Und das ist eine super Zukunft. Es muss einfach von den Clubs selber kommen. Also die Grossclubs, die müssen sich einfach, ich weiss nicht, die müssen einfach mal investieren und dem Ganzen eine Chance geben. Und eben schlussendlich kannst du dann so aufrollen, wie eine Marketingkampagne mit Frauen und Eishockey. Und dass das normal ist. Und ja, zur Normalität wird, dass Frauen Eishockey spielen. Und schlussendlich, dass dann jeder Grossklub eigentlich ein Frauenteam hätte. Ja. Und dass es dann wie ein Schweden aufgebaut ist. Und irgendwann, dass es gar keine Frage mehr ist, dass wir das Frauenteam haben oder nicht. Ja. Ist das da, wo du manchmal gehst? Oder ist es noch weit davon? Ja, gerade da links hin. Ah wirklich? Nicht, dass wir dich irgendwo falsch abladen. Ah, tipptopp. Können wir es mitnehmen? Ja, absolut. Und nimm dann noch ein Kärtchen mit, falls du wieder mal ein Taxi bräuchst. Kann man. Hey, danke dir vielmals. Schön, dass du dabei warst. Danke. Viel Vergnügen. Ciao. Tschüss. Ciao.